Hallo, willkommen zu einer Runde Super Meat Boy. Ja, auch dieses Spiel habe ich jetzt da wieder mal ausgegraben, weil ich es noch nie durchgespielt habe. Das Spiel hat mich besonders anfangs sehr aufgeregt, weil ich die Steuerung nicht wirklich gelungen gefunden habe. Und jetzt da habe ich es wieder installiert und wie man sieht, die ersten zwei Leveln glaube ich habe ich auf jeden Fall, Welten, nein, ich habe ich auf 100%, 95%, 57%, 10% hört sich nass an. Ich kann mich, oh nein, genau das ist der Grund, warum ich das Spiel deinstalliert habe. Verdammt, ich kann mich schon wieder erinnern. Ach Gott. Hoffen wir das Beste. Autsch. Ich finde die Referenzen trotzdem super, aber die haben mich einfach nicht halten können. Da, oh, da fehlt mir noch viel. Hauptsache ich habe die Portale. Auf geht's. Äh, naja, spielen wir mit dem Meat Boy, fangen wir mit dem Meat Boy an. Und dann können wir schon, ah nein. Okay, ich verstehe. Und, hopp. Nein. Ach Gott. Scheiße. Okay, ich mache das gerade komplizierter als es ist. Ja. Und wo kehre ich da hin? Wo ist der nächste Knopf? Da drüben ist er unter dem Zahnrad, okay. Okay, okay, okay. Ah. Bin erwischig. Das wird jetzt auch super. Jawohl. Nein. Ach. Aber dass da ein Schlüssel kommt, daran denke ich nicht. Nein. Ich verstehe mich schon wieder blödernd. Okay. In Ruhe. Und zack. Und zack. Und. Jawohl. Und. Jawohl. Und nein. Na, mal das Ganze. Ach. Mein. Oha. Ronaldo. Falls ich noch wer an den erinnern kann. Und ich rede nicht von Cristiano. Oha. 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 So, aber jetzt. Ja. Und. Wo ist er? Nein. Warum? Wer gibt da einen Schlüssel überhaupt in erster Linie hin? Wieso? Was ist da Zweck? Nein. Komm, Fleischball. Fleisch. Drum. Ich freu ein Spup. Jawohl. Aber jetzt. Nein. Ich komme Bandage, girl. Ich komme. Ich komme. Da bin ich. Jawohl. Grade A+. Thank you very much. Wir machen Fudge. Ich stelle mich schon wieder wahnsinnig bläder. Das ist ein Standardlevel. Noch. Okay. Ui. 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 Das ist ja Standardlevel. Kuck. Grade A+. Das ist ja wunderbar. Ich habe mir zwei Mal gestorben. Autsch. Was war das? Da ist der Schlüssel. Na super. Da ist ja noch einer. Ja. Ach. 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 Komm. Was ist das überhaupt? Das schaut aus wie Meatball. Oh na geh. Ach. 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 Jawohl. Komm. Oh. Fuck. Komm. Ja. Nein. Das ist ja nur so programmiert, dass mir das verfolgt. Sonst tut das ja eh nichts. Schau dir das an. Und jetzt da hooken da schon wieder alle drei. Kommt. Nein. Jawohl. Bandage. Gah. Ich komme. Danke. Nicht einmal Grade A. Ach. Würde ich es da nicht machen. Das ist schön, dass was. Ja. 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 Herrlich. Okay. Okay. Wo komme ich da rauf? Was schau ich da? Nein. Nein. Da komme ich da rauf. Verdammt. Da nehme ich auch nicht gern. Da ist... Okay. Da oben ist der Schlüssel. Und jetzt? Ich sehe... Ich sehe, was du nicht siehst. Wer hilft noch? Nein. Hallo? Wo gehöre ich hin? Da komme ich da rauf. Muss ich da in den kleinen Ritz rein? Kann ja nicht sein. Was ist jetzt passiert? Wo kommt der Schlüssel auch einmal her? Ach so. Der kommt da einfach... Ach meine Güte. Ach meine Güte. Nein. 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 Ich stelle mir jetzt halt was schon. Ich muss es sagen. Schau dir das an. Das ist... Und währenddessen auf der anderen Seite... Herrlich. Nein. Jetzt springe ich wieder zuvor. Geh bitte. Ich meine, jetzt muss ich mich langsam entschuldigen, dass das länger dauert als eigentlich sein muss. Aber es ist... Nein. Schatz ist das. Bitte nimm den Schlüssel. Gibt es ja nicht. Ach. Bitte. Nein. Aber jetzt. Ich habe es in Morin. Jetzt habe ich sogar eine Tülle und auch noch. Ich habe es zum Explodieren gebracht. Jawoll. Bandage. Nein. Jetzt aber. Bandage, girl. Bandage, girl. Jawoll. Ich muss da auch noch. Komm. Danke. Schau dir das. Gibt es nicht. Fuck. Bitte. Bitte. Der will es unendig schla... Schau. Aber jetzt. Ach. Wie? 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 Komme ich da rauf. Und jetzt? Ich schaffe es nicht da drüber. Ja. Stehe ich mir blöd da die ganze Zeit. Ah. Otsch. Lauf. Ah. Lauf. Geh mir da rauf. Das schaut sicher aus. Ja. Warte. The fuck. Komm. Komm. Nein. Da ist noch eins. Aufhören. Ich bin ja nur... Ja, ja, ja. Jawoll. Ui. Ui. Und dann muss ich da rauf. Oder wie? Jetzt vergesse ich wieder auf den. Ich hab nicht einmal geschaut. Der ist aber auch irgendwie mit dem Hintergrund eingeblendet. Ach. Das ist so ein... Gravitationsfeld. Na, das. Fast. Aber jetzt. Und, und. Hu, du! Ja. Nein, ich hab den Knopf nicht berührt. Hahaha. Bin ganz stolz, dass ich da rauf gekommen bin. Ja, warte, du, 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 du... Ah. Jawoll. Jawoll. Aber... Ah. Jetzt hab ich geschaut, wie der hat mich auf... Hab er mehr drauf gemacht. Na, komm. Puh. Schau mal, was an. Warum muss der da sein? Was ist das überhaupt? Aber jetzt Nein, wieso ist schon wieder zu? Ist das Zeit begrenzt? Na klar ist das Jetzt habe ich gar nicht geschaut Der Sprung war komplett Glück Passiert 5, 12 10, 1 Und jetzt Komm Okay Warten wir lieber noch Los Nein Oh Gott Oh Gott Nein Du blöder Hund Du Flaschhund Ich sei Aber du bist jetzt Komm, komm, komm Wie hoi Nein Ja Alter Nein Jedes Mal vergesse ich das Jetzt Nein Alter Wie soll ich da Wie soll ich da wissen Wie, 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 wie Nein Komm Nein Nein Bandage Bleiben Ach Bitte Schau dir das an Wenn das nicht so, 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 wie soll ich sagen, so rutschig wäre, es ist ja die ganze Zeit so, als wäre man auf Eis, das ist mir vom Anfang so auf die Nerven gegangen, weil ich mir dachte, der Schwierigkeitsgrad ist ja nur darin, nicht komplett zu rutschen, was nach öfteren Spielen ein Blödsinn ist, muss ich zugeben, aber und es macht auch mal Sinn, dass... Jesus! Rutscht, wenn es ja nur Fleischmasse gibt, ciao! Los! Und hup! Und hup! Und hup! Und hup! Los! Los! Nein! Hup! Nein! Jawoll! Tricks! Ja schau, springe ich über sie gleich rüber, auch noch verbläut. Nächster Level! King Carrier!